Oh, guck mal, Kamera. Hallo. Geht's jetzt los? Ich wäre sehr gerne wie er, aber ich werde es wohl nie erreichen. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da ist Inhalt, der hat ja, der hat Tiefgang. Es ist auf jeden Fall ein sportlicher Typ, ein Entertainer, auch ein Genießer. Aber das Ding liegt gut in der Hand. Wow. Und wie der riecht. Kann mehr. Ihn einfach in den Händen halten, dieser Moment, das erste Mal so ganz frisch in den Händen zu halten, das ist einfach magisch. Es ist schon so ein Prickeln, das macht schon Spaß, ihn auch anzufassen. Also ich habe den auch direkt mit ins Bett genommen. Da schäme ich mich auch nicht für. Je älter er wird, desto besser wird er. Ich schätze ihn so um die 50. Was? 50? 50? Das ist wirklich ein Meilenstein. Wovon reden wir hier eigentlich? Da ist doch das Ding. Zum 50. Geburtstag. In Gold. Der beste Robinson-Katalog aller Zeiten. Und da ist drauf. Bis zum 50. 1, Vielen Dank.